Musik Behind the Hoax Zeiten ändern sich. Was für ein Titel für einen Behind the Hoax zum Jahresanfang. Aber keine Sorge, es wird alles, wenn überhaupt besser, auf gar keinen Fall schlimmer. Wir haben im letzten Jahr, im Jahr 2023, nicht nur das erste Jahr der kompletten Selbstständigkeit hinter uns und es war auf allen Ebenen ein Erfolg, egal wie man es bewertet. Und dafür möchten wir uns schon mal einmal ganz herzlich bei euch bedanken. Egal, ob man die Metriken der Downloads anschaut, die Anzahl von Mails, die uns erreichen, die Kontakte, die wir haben in den verschiedenen sozialen Netzwerken, aber eben auch die Tatsache, dass wir leben können von dem, was wir tun. Das ist ganz, ganz großartig und damit kann man definitiv sagen, das erste Jahr der vollen Selbstständigkeit ist das erfolgreichste Hoax-Siller-Jahr aller Zeiten gewesen. Das ist großartig. Und gleichzeitig ist so ein Moment, wo wir in das 14. Jahr Hoax-Siller hineingehen, auch wo man mal innehält, wo man mal überlegt. Und wir leben in sehr bewegten Zeiten. Das habt ihr bei den World Mike Specials ja schon mitbekommen. Wir haben politisch einen Angriff auf unsere Demokratie, den wir aktuell zu verarbeiten haben. Und da kommt man schon ein bisschen ins Grübeln und schaut sich um. Und wir haben in den vergangenen fast 14 Jahren Hoax-Siller Dinge getan, die wir vielleicht heute nicht mehr tun würden. Wir haben Projekte gemacht, die wir heute vielleicht nicht mehr machen würden, die sich aber damals richtig angefühlt haben. Wir haben mit Menschen gesprochen und sie als Gesprächspartner bei uns in der Sendung zu Gast gehabt, die wir heute vielleicht nicht mehr einladen würden. So ist das. Wichtig ist natürlich vor allem die Vermittlung von faktischen Inhalten. Da muss es stimmen. Und das ist auch der Grund, warum wir keine Folgen depublizieren wollen und das auch nicht tun werden. Denn das, was in den Folgen inhaltlich gesagt wird und faktisch gesagt wird, ist nach wie vor richtig. Da, wo es Ergänzungen gibt, gibt es ja inzwischen die Update-Folgen. Das habt ihr ja mitbekommen. Und das werden wir auch zukünftig so beibehalten. Aber Hoax-Siller ist für uns vornehmlich ein Safe Place. Ein Ort, an dem wir gerne arbeiten wollen. Ein Ort, in dem wir mit Menschen sprechen wollen, die wir schätzen, die wir mögen. Die aber auch, und das muss ich sagen, in politisch bewegten Zeiten eine gewisse Haltung haben. Und da passt eben nicht mehr jeder hin. Oder die Haltung, die politische Einstellung, Ansichten haben sich geändert. Das Schöne am wissenschaftlichen Prozess ist allerdings, dass es nie eine Person gibt, die die Expertin, der Experte für so ein wissenschaftliches Thema ist. Sondern natürlich gibt es eine ganze Reihe von WissenschaftlerInnen, die im Prozess der Forschung sich mit den Themen befassen. Das heißt, wir werden vielleicht den einen oder anderen Gast nicht mehr haben. Das heißt aber nicht, dass wir die Themen nicht mehr haben, für die sie in der Vergangenheit vielleicht gestanden haben. Das ist das Schöne am wissenschaftlichen Prozess. Huxilla soll für euch da draußen als Community ein Safe Space sein. Wir haben unsichere Zeiten. Wir haben Zeiten, die uns Sorgen machen. Und neben der Vermittlung von Inhalten wollen wir auch, dass ihr einen Ort habt, an dem ihr euch sicher und wohl fühlen könnt. Und auch dafür stehen wir mit Huxilla. Und auch dafür wollen wir agieren und arbeiten. Das klingt jetzt alles viel dramatischer, als es ist. Aber es gibt uns natürlich wieder die Option, auf gewisse Fragen, die uns mal gestellt werden, in dem einen oder anderen Kontext, diese Folge zu verlinken. Und dann kann sich jeder seinen Teil denken, wenn er ihn sich denn denken möchte. Ansonsten kann ich nur sagen, dass wir 2024 jetzt daran arbeiten werden, dass 2024 das erfolgreichste Huxilla-Jahr aller Zeiten wird. Und es beginnt schon ganz gut. Und gestern, als ich das jetzt hier aufnehme, hatten wir den 12. Re-Life, wo wir alte Podcast-Folgen gemeinsam mit der Community uns anschauen auf Twitch. Und in der 12. Episode hatten wir so viele Zuschauer, wie wir noch nie hatten. Also, auch dieses Format wächst und die Community hat sehr viel Spaß daran, zu sehen, wie Alexa und ich uns ein bisschen schämen und uns über uns selber lustig machen. Denn das können wir. Da tue ich mir selber im Zweifelsfall weh, ich tue keinem anderen weh. Wie wir finden, eine sehr gelungene Form, wie man mit Inhalten umgehen kann. Aber auch inhaltlich und podcasttechnisch soll es hier weitergehen. Die Januar-Folgen sind konzipiert. Das wird jetzt gerade so ein bisschen durch die Tour, die wir aktuell haben, torpediert. Aber auch im Januar wird es zwei Folgen geben mit Themen, die wir schön finden. Und der Themenkalender und die Themenliste ist schon wieder sehr gut gefüllt für das Frühjahr. Also, unterm Strich ändern sich die Zeiten. Aber wir werden hart daran arbeiten, dass es bei Huxilla immer alles besser wird. Und ansonsten gilt natürlich, immer schön skeptisch bleiben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020